Was geht ab, Leute? Ich kann mir bald endlich mein Traumhaus kaufen mit diesen besten Tricks. Wir haben euch letztes Mal gezeigt, wie man hier umsonst Essen rausbekommt. Und jetzt, passt auf, wir haben das Unglaubliche rausgefunden. Seht ihr dieses Wechselgeldfach? Es ist leer. Geh noch näher ran, damit man es sieht. Hier ist nichts drin. So, wir brauchen zwei 50-Cent-Stücke. Das ist wirklich wichtig. Ohne die geht das nicht. Ihr packt diese 50-Cent-Stücke ganz normal in den Automaten. Und jetzt gibt es hier so eine gelbe Taste, damit kann man diese Fächer drehen. So, und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Sieben Sekunden muss diese Taste gedrückt werden. Also, wenn es eine Sekunde mehr oder weniger ist, dann klappt das Ganze nicht. Probiert das mal aus. Und es geht los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und jetzt noch zweimal auf die Taste drücken. So, wenn ihr jetzt das Geld, was wir eben, die 250-Cent-Stücke, wieder auszahlen lasst, schaut euch das an. Es ist unglaublich. Das ist, das ist unglaublich. Es sind nur zwei Euro, aber überlegt mal, macht das hundertmal. Ihr seid Trilliardäre und ich gehe mir jetzt meine Yacht kaufen, schaut.